Ich hoffe ja, der muss das alleine machen, denn der ist auch doppelt so hoch, als was es eigentlich ist, ne? Der wird ja wohl... Der wird das wohl zusammenbrechen. Ich hoffe. So, es schaut so aus, als hätten sie nen Deck. Steine gefunden? Ah, Gestale. Ich spüre das Monster auf, brauche ich nicht mehr. Jetzt ist der Aschle, ja, ich seh schon, da läuft es da vorne. Ja, du, der ist scheinbar, aber bis jetzt... Wo sind sie schon dabei? Jaja, wenn ich hinkomme, weiß ich, dass ich der Erste, der getroffen wird. Die sind nicht einmal getroffen worden. Du machst schon ein Signal. Ja, wir sind schon bequem. Oh, Mann. Schauen. Denken los ist. Hallo, ich stehe da. Ja, Alter, ich mag das nicht, wenn ich vor ihm bin. Ja, und ich fliege schon, weil ich hab schon die Hälfte verloren im Leben. Der ist ja deppert. Der ist ja die Zufluggeräte. Doch, weil ich weiß, was dann wäre. Das ist dochass. Der ist ja die Zufluggeräte. Der ist ja die Zufluggeräte, weil ich da bin, weil ich die Karten bin, das ist ja manll, das wird ja auch nicht. Das ist ja die Zufluggeräte. Ich bin kein Zufluggeräusch für die Zufluggeräte. Na? Ja? Tja, kenn da. A.T.K. B.G. A, he, tut es, tut es. Nein, ich muss das nicht. Ja, hey, was ist denn jetzt kaputt? Ist das nicht kaputt? Ich muss weg. Hörst du am Trinken? Ja, ich muss den Wut da klauern. Oh, oh. Da ist der hergeflogen. Brav. Haben wir noch gewartet da, das war eine Taktik. Was ist das, was ist das? No, der geht. Hoppla. Nicht flogen. Nein, du Entschwanzer Hoppala Ja, das schießt, weil du einfach nicht aufhörst Ja, wenn ich schon rollen will Trink doch bitte schneller Rein, 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 rein Da gibt auch eine Zeige herum ordentlich Materialien, du musst noch Ansonsten Spuren Und das so hinzugefügt vielleicht. Was ist denn jetzt, oder? Das wäre super. Weil die Dinger gesammelt habe, das wäre echt toll. Atom, wo was? Oh, 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 oh. Das wäre echt toll. Ich probiere mal so eine Farle. Ich weiß nicht, ob der einen in die Farle ist. Na, der läuft einfach drüber. Das ist auch besser. Ein Lager hier würde uns das Leben erleichtern. Oh, oh, oh. Hier können wir den mal von hinten anschauen. Darf ich was essen? Alter, mit Anschlag. Der? Ja, mit Anschlag, Alter. Ich weiß nicht, ob ich es war. Auf einmal ist es passiert, ne? Puh. Ah, das hilft alles nichts. Ja, Alter, ohne Essen brauche ich gar nicht probieren. Nährstoffe musst du reinziehen. Probier eine Ration, oder? Ah, okay. Das sind die Pro-Gamer da drüben. Ja, Alter. Ja, die machen das. Die müssen das machen. Ich lasse das, glaube ich, in Schnur-Trupp. Ich muss einmal anwälzen. Stimmt. Also, geht es tanzen? Ich denke, warum sagt der Hoh? Ja, ich denke, warum sagt der Hoh? Ja, ich denke, warum sagt der Hoh? Ja, schauen wir heute mal. Ob wir es noch hinkriegen. Hey, komm schon. Ich habe es vermisst, gell? Was? Nein, Gott, der Replay ist eine. Ich habe es nicht gewusst. Nein. Der reizt uns zu rein, ist scheiße. Ah, der Wichser. Was? Ich weiß noch was, ey. Ich bin froh, dass es vorbei ist, ey. Nichts hat er zusammengebracht. Ach, Gott. Hast du nur irgendeine Leute, gell? Nein, der Replay. Großartig, nicht? Aus Unterstützung da reingekommen, ne? Und dann... Ja, für was? Nein, für was? Weil du es nicht kannst. So, du hast es schlecht. Ja, ich schau mal, ob ich jetzt untersuchen muss. Ob ich es jetzt dazugehört? Ha, 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 ha. Untersuchungen. Erjage, Patzel, Geuse. Ist er das? Nein, das ist da unten. Heimat der Ältesten. Das ist da unten, das ist der Flughaverer, oder? Warum kriege ich dann den? Wir brauchen den, den Migranten, da, ne? Heimat der Ältesten. Ausstehen du das, hab ich auf dem Ding. Warte mal. Er ist ja ein gigant, der, ja? Stimmt. Verstehe, ne? Wie kann ich jetzt... Da, töte ein Dings, hab ich drin, ne? Töte einen, äh, Migranten. Migranten. Hast du es durch, eh? Nö. Ey, das ist ein Fresser, ja? Dann musstest du halt ausstehen. Ich hab's noch. Ich hab den unten. Und warum ich jetzt Patzel-Dingsbums krieg, verstehe. Und halt, wenn ich seine Spuren sammle. Die Logik ist mir auch nicht begreiflich. Erjage, Patzel, Geuse. Ich mein... Ist eh wäsch. Ist mir eh scheißegal. Schnelles Kiste, gleich nicht greifen, da. Schnell Socken aus die Ohren. Na, ist ja eh... Ist eh idiotisch. Ach, die Fallen, die haben mir gar nichts gebracht, gell? Bitte nicht, die Gante, ey. Was? Da wär meine... 15 Minuten Zeitlimit, ja. Okay, warte. Schön. Ja, Untersuchung, okay. Das Knicke. Ne, Granti. 15 Minuten. 15 Minuten ist schon ein bisschen... Ich glaub nicht, dass wir in 15 Minuten... Hm... ...dürfst ja nix haben. Vielleicht hab ich... Hm... Ja, warum ich denn auch unten jetzt krieg? Ich glaub nicht, dass wir in 15 Minuten... Geh mal zu den Abarador, Botaniker, oder nein? Vorsichtig! Es ist eine besondere Untersuchung... ...Quests herausgegeben. Hm, hab ich jetzt was gekriegt? Ne, ein Gigant, der hat's... Ja, was da jetzt so komisch hat's da aus? Forschungsstufe 1 ist... ...die bin ich da erst, glaube ich... ...kurz vor 2... Alter, Joshua... Na, dann hab ich da nix... Ja, dann schreibe ich die Quests halt wieder sowas... Hm... ...oder ist ja bei Event Quest vielleicht was dabei? Na... Na... Hm... Hm... Jetzt dann... Ich geh halt wieder irgendwo landen... ...wirst beitreten... Alter Schwede... Komm... Das ist ja super! W citizens... ...gan wir essen? ... Ja? Wo ist denn da? Ich kriege Ich hab's ja fast gar nicht, dass mich jemand da her schickt So Ja, jetzt schaut's schon besser aus Ja So, auf, 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 auf Kraut Kraut Da hinten Wo sind die Leute? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Müssen wir warten ein bisschen, ne? Ja Ja wer weiß, da müssen wir in einer anderen Sitzung schauen oder so Weil das sind wenig Leute, ne? Ja Das ist die Sache Die werden sie nicht immer scheren, das gleiche mal Der Camo Und Luna Boah Mhm Hört nur mit der Selma unten, gell? Ja Camo und Luna Camo ist 14 Und der Luna ist 29 Das ist der andere Nein, ich glaub, ist ja kaum nicht dieser Ratalin Das heißt, vorher hätten wir das verbraucht, den Ratalin und den Luna noch hätt schon fast Ah Ah Tengels noch Ke start, Tengel Ich weiß nicht Ich weiß nicht, das ist Ich weiß nicht Ah, Knochen Was haben denn da jetzt? Wir müssen ja vorwärts gehen, ne? Johohoh Also das ist ja das Bindeste, wenn sie schon bei mir dabei treten dürfen Der Arne ist da hinten Ich geh halt mal in die Richtung, ne? Langsam Ich kann mitnehmen anders Geschlecht niedlich Dass die anderen sehen, auch noch die Hände zu sehen Woher zählen? Einer Hör, das brauch ich für den Ich weiß bei der Waffen war das bei mir Da ist der Kemo. Der kommt einmal zu mir. Der baut auch ab. Ich glaube, es warten alle auf den Lunar. Du musst dein Land durch, ne? Hilft nichts. Ja, der kommt schnell gemütlich gleich. Nehmen wir einen roten Teppichnase. Da ist noch etwas Rotes zum Obernten. Wo ist er? Da ist er. Ein Mädchen. Das Mädchen schlägt mir vor. Was hat denn der für ein Mandel jetzt angehört? Bringt das was? Das ist ein Banditenmantel. Da kriegst du selten alle Dinger. Ja. Er droppt mir besser. Ich will den Gesundheitsding. Ich spüre das, Mann. Das ist tatsächlich passiert. Wir wollen den Salto vorwärts machen. Schon gedacht, jetzt hat er mich. Aber er kommt noch einmal, ne? Er kommt noch einmal. Er rannt mir vorgeist. Ja, ich hab mich das erste Mal drauf. Und gleich mit einer Explosion. Was ist denn da? Ich muss weg. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich muss Stinkwolken machen schnell. Ich darf über Lebensrücken aufbauen. Ah, weh. Er hat mich. Ich verhesse mein Tier. Ich darf ihn mir verheilen, weißt du? Das hat er Angst zu mir. Ich trick euch einfach. Ich stehe nicht irgendwo ein. Ich bin hier. Da bin ich. Full bin ich. Boah, ich muss da weg. Habt ihr das gesehen? Der hat der Wurt full auf mich ausgeht. Hat in meine Richtung geschlagen. Ich bin die Ansprüche. Lass mich zu den Vulken. Oh mein, da, Alter. Das ist ein Krampf. Ist er schon gefüllt? Nein. Kommt noch mal. Immer schön ausschießt. Mit dem Kloppern, Alter. Was ist da? Ich seh nichts. Was liegt denn da? Schuppe. Ja, glänzende Schuppe halt. Ja, ja. Du hast einen golden glänzt, ne? Da haben wir das Glück. Ja, ich hab schon zwei, Alter. Da ist er einer, ja. Ist das, weil der den Mauntl hat, vielleicht? Kann sein, ja. Liegen wir da alle da an, oder was? Anscheinend. Ist ja eben da liegt der Schwanz schon. Alter! Ich hab gedacht, der ist umgefallen. Aber hat er sich gerollt, Alter. Irgendwann geiler liegt. Nein, ich komm nicht weg. Er schreit und dingt und arbeitet immer. Bist du ohnmächtig geworden? Alter! Ja, sicher hat mich gestreift bei der Schulter. Ich hab extra gerade einen Trank genommen. Und war ein Hit. Ich hab's nicht da ehrlich gesagt. Das geht mir meist immer. Das ist aber auch nicht ausgekommt. Wo ist denn da ein Mega-Tank? Oh weh. Ich darf mich nicht hochheälen. Da kommt der automatisch schon. Ich hab' mir nicht rumfettet, ey. Jetzt hab' ich keine Ausdauer. Geil. Mei. Was tut denn meiner? Was ist er weg? Damisch und alles ist er. Nein, er läuft weg. Gott sei Dank. Das ist ja was. Er hat mich echt gestriffen, Alter. Nur gestriffen. Nein. Ich bin gerade umgegangen. Einen Millimeter. Weil ich, glaube ich, eine halbe Sekunde früher losgegangen wäre, wenn ein Mädchen da rangehen würde. Da hat mir ja nichts passiert. Ich sehe ihn. Ich stehe oberhalb. So. Da ist ein Altar fit. Ja. Von mir. Wie ist es. Ja. Hallo. weiter weiter, der hat uns Damage aus, ja ja, da muss ich trinken ja, komm weiter komm, 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 bleib oben Schaut, bin da gegangen ich muss ihn mal schärfen, glaub ich wo ist er mich los? Ich komm nicht aus, Alter, weil ich hänge, bleib bei dir viert mich regt das so auf, Alter, weißt einfach nicht aus, ich komm was soll ich tun, Alter, ich ruhle ja eh schon ich kann ja nicht mehr als das machen das ärgert mich so weiter weiter schau, der bringt mich um der bringt mich um wow, Alter das hast du so genug er ruft mich sicher an, er auf zum schlagen das schreien ist ja so nervig, gell ah ja, das ist immer bei mir das macht was gefällt ich komm nicht, was ist mit mein tu was hab ich drei, vier minuten nix da, ne weil es immer ist, was nicht bedeutet da krallt er rum, bin nix mh pp nein, Alter, jetzt hab er einen Drehchen gekriegt xd, binkl ja ohmächtig wird Nein! Da unten drüben! Alter! Ich sag ja nicht. Ich sag ja, die Materialien, die ich auch nicht habe. Nichts. Das kriegt man nicht, wenn man das aufklopft. Ein Bild habe ich gekriegt. Ja, ich habe zwei mal geklaut. Ich meine, ich habe ja Materialien aufklopft. Warum kann ich nicht die nicht holen? Ich weiß ja nicht. Alter, ist das zart. Du kannst seine Ernte entholen. Vielleicht ist es in einer anderen Online-Sitzung, wo mehr Leute sind. Schau mal. Eine Online-Sitzung suchen. Von Charles vielleicht? Ja, der ist ja nicht online. Ich bin jetzt irgendwo. Es sind da mehr Leute. Ähm. Super! Das sind zwei. Ja. Ich glaube, du musst die Dings... Äh, 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 äh. Andere Sitzung suchen. Spezielle. Gefilterte suchen. Da 13. Der ist Sir Trump. Der ist Sir Trump. Sitzung suchen. Gefilterte suchen. Bestätigen. Mary, wo warst du du jetzt? Ich hab dich ja gesehen. Ich bin hier in der Deport. Da. Eine. Mary, Joan, out. Und. Jeder ist willkommen. Ja. Ja, jeder. Das heißt, wir auch. Der muss das machen für uns, ne? Der hat mir gleich rein getan. Der Discord, ne? Ja, die kann auf Twitch da weit streamen. Das passt. Ne. Das sind die Herden von Erdbeerfahrt, ne? Ja, siehst du? Das sind acht Leute mit mir. Das passt. Das passt. Sind wir jetzt neine mit mir? Ne. Dann schreiben wir die Quaske aus. Ich hab wohl schon, ich hab doch ein Material gehabt. Dann macht die Mary Jane wieder Gas und passt. Ich hoffe, die richtet das. Damit ich meine Materialien zusammenkriege. Aufgefüllt ist soweit alles bei mir. Wir haben das gar nicht wieder gemacht. Macht ihr grad ein Quest oder so? Ist sie verfügbar? Der Hightech ist ja da, der Japan Tech. Outstrike. Outstrike Zero. Alter, wo sie es jetzt... Alter, wo sie es jetzt... ...was, das Spiel wird im Offline-Modus fortgesetzt. Das soll der Schwachsinn jetzt sein. Ja. Bereitschaft ist, ey. Der Quest darf gehen, oder so? Alter, bitte wechsel ein in die Scheiß-Sitzung jetzt. Da. Da. Es geht ned. Da. Warte, was macht. Ne. Das, 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 manchmal geht mir das am Arsch. Ist doch der Part... Alter, ehrlich, ich hab's... Wo ist es denn jetzt? Aber wenn's auf gefilterte Dings suchen gehst du nur? Ich geh nur von Sitzung von Freunden. und dann gehe ich auf die, wie er wohl da beitreten kann. Na. Ich probiere es über eine gefilterte Suche. Ach so, ey, das ist unglaublich, dass er rein geht. Ist ja gerade die ganze Zeit gegangen. Das ist unglaublich. Nein. Da ist der Wurm drin, ja. So, gefilterte Suche, was soll ich denn da tun? Ja, gar nichts, beliebig, keine beliebige Sprache bestätigen. Okay, Mary Jane, da. Suchvorgang. Ja, es schaut schlecht, dass ich komme da rein. Ist ja lächerlich, ja. Ich verstehe, wieso. Mit einem ewigen Suchvorgang. Hm. Oh, jetzt soll ich es sein. Alter, jetzt probiere ich ein anderes. Ja. So, das ist ein Tramp. Ja. So, ich probiere es. Ich bin über der Sitzung auch nicht gekommen. Das ist ja nicht normal. Der Russe ist auch da. Ich komme nirgends da nicht. Kommt da nicht rein. Hm, wenn ich da rein gehe. Es ist ja egal, ich komme nirgends da nicht. Ich verstehe nicht, was jetzt schwer das Problem ist. Warte mal, so wie ist es hochvorgang. Es konnte keine Verbindung zu Sitzmitglied hergestellt werden. Fehlerkot. So. Keine Sitzung gefunden. Von Freunden. Dann werde ich mal baas sehen da. Ja. Oder es ist zum...